Liebe Eisbadenfreunde, ich wünsche euch einen wundervollen ersten Advent. Ich habe extra ein Kerzchen angezündet und ich habe mich jetzt für eine Gegenlichtaufnahme entschieden. Es ist 9 Uhr morgens. Man sieht an meinem Atem, dass es kalt ist. Irgendwas zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Und ich freue mich aufs Eisbaden. 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 Das war's für heute. 7,2 Grad. 7,2 Grad. 7,2 Grad.